Der deutsche Videospielverband Game hat die deutschen Jahrescharts des Jahres 2019 veröffentlicht. Das erfolgreichste Spiel des Jahres war Überraschung und ihr seht es ja auch schon FIFA 20. Grundsätzlich bieten die Jahrescharts keine wirkliche Überraschung. Ich zeige sie euch jetzt mal in den nächsten Sekunden hier direkt im Bild, also gibt es keinen Trailer. Ihr könnt einfach mal ein bisschen lesen und selbst mal durchschauen, aber wirklich, es gibt keine Überraschung. Wobei, doch eine Überraschung gibt es dann schon. Die krasse Dominanz der Nintendo Switch. In den Top 20 sind 11 Spiele exklusive Nintendo Switch Games. Das ist vor allem deswegen sehr beeindruckend, da die Verkäufe der Spiele aller Plattformen zusammenaddiert werden. Bedeutet, Spiele mit wenigen Plattformen haben es schwerer an die Top-Positionen zu gelangen. Denkbar, dass Mario Kart 8 würden für die Plattformen trennen, das erfolgreichste Spiel des Jahres wäre. Bevor die Nintendo-Fans aber nun den Sektkorken knallen lassen, der Game-Verband zählt nur die Verkäufe im Einzelhandel. Da die Playstation 4, Xbox One und ganz besonders der PC mittlerweile vor allem digitale Verkäufe generieren, sind diese Jahrescharts eigentlich, ich sag mal freundlich, mit Vorsicht zu genießen. Aber ob Platz 1, 5 oder 20, was die Top 20 definitiv zeigen, die Nintendo Switch ist nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei der Software in Deutschland extrem erfolgreich. Hat sich CD Projekt Red verzockt? Laut einem polnischen Insider musste der Entwickler Cyberpunk 2077 um knapp 5 Monate verschieben, da man massive Probleme mit der Xbox One-Vision des Spiels habe. Angeblich läuft das Spiel nicht zufriedenstellend auf der Microsoft-Plattform. Gemeint ist damit natürlich auch explizit die Basis Xbox One und nicht die Xbox One X. Nun könnte man sich natürlich auch denken, ach was soll's, sollen sie das Ding doch verschieben und für die Next-Gen-Konsole raushauen. Tja, das ist nicht so leicht, denn CD Projekt Red hat Cyberpunk explizit als Current-Gen-Titel vermarktet und möchte von einer Next-Gen-Version aktuell nicht sprechen. Das heißt also, das Game muss natürlich auf allen Plattformen in einer spielbaren Qualität zum Laufen gebracht werden. Zumal Microsoft auch noch Medienpartner war und ist und vor allem im Rahmen der E3 den Titel auch sehr stark promotet hat. Dass die Xbox oder generell die Konsolen-Version hier für die Verschiebung verantwortlich sein könnte, wäre denkbar. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sein, dass gerade die normale Xbox One kein Hardware-Biest ist, das sollte man auch beim polnischen Entwickler schon gewusst haben. Kommentiert hat CD Projekt Red dieses Gerücht natürlich nicht, welche Überraschung. Das Entwicklerstudio Ready at Dawn soll an einem Nachfolger zu The Order 1886 arbeiten. Der Nachfolger des Playstation 4-exklusiven Titels soll allerdings ein Multi-Plattform-Game werden und neben der PS5 auch eine Veröffentlichung auf der neuen Xbox und dem PC bekommen. Sollte sich dieses Gerücht bewahrhalten, dann würde dies auch bedeuten, dass der Entwickler die Rechte an der Spielemarke erworben hätte. Diese lagen nämlich angeblich noch bei Sony und nicht bei Ready at Dawn. Auch hier gilt, natürlich gab es noch kein Kommentar vom Entwickler oder Publisher zu diesem Gerücht. Also alles mit extremer Vorsicht zu genießen. Und weil die News jetzt so kurz waren, habe ich noch eine kleine Frage am Morgen für euch. Findet ihr eigentlich, man sollte die Spiele Deutsch und Englisch oder Englisch und Deutsch? Oder nur Deutsch oder nur Englisch aussprechen, wenn eine Jahreszahl drin ist? Also Beispiel Cyberpunk. Heißt das Spiel für euch Cyberpunk 2077 oder Cyberpunk 2077 oder Cyberpunk 2077? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil gerade bei zum Beispiel The Order 1886 ist das halt sehr... Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Also ich persönlich neige übrigens dazu, die deutsche Jahreszahl zu sagen. In den meisten Fällen. Warum? Keine Ahnung. Wie ist das Machen? Und das ist lustig.